Nun, Mr. Flanders, Sie kennen sich doch mit der Bibel aus. Ja, so gut, wie man sich damit auskennen sollte. Und Sie sind ganz sicher, dass der Mensch nicht mit dem Affen verbannt sein kann. So sicher, wie ich weiß, dass Jesus Hip-Hop hasst. Jesus Hip-Hop hasst. Jesus Hip-Hop hasst. Jesus Hip-Hop hasst. So, was? Jesus Hip-Hop hasst. So sicher, wie ich weiß, dass Jesus Hip-Hop hasst. Ich glaube nur an das, ich glaube nur an das, was ich mit eigenen Augen sehe, was ich mit eigenen Augen sehe. Glauben an denn das, was ich sehe, glaube aber nicht verstehe. Ich glaube an mich und an das, was ich weiß. Für mich ist Fakt Nummer 1, ein Tatsachenbeweis. Ich bin mein eigener Gott und mir selber treu. Euer Gott ist unaufgeklärt und Wahrheit scheu. Das für mich ist das Leibbild einer ganzen Religion. Die Menschen verachten doch, was bedeutet das schon? Sie prügt im Wasser, das Wasser, doch baden im Wein. Schenkt ihn nicht rein, nein, der Teufel im Heiligen Schein. Mein Dogma, keine Dogma, der kennen die Zeichen der Zeit. Was war es nun nicht mehr? Und nur noch Vergangenheit, kein Sex vor der Ehe. Der Frau aber dem Sohn, weil der nicht schwanger wird, verbietet ihr das Kondom. Kirche ist mir teufelsvoll, ich verbrenne. Scheitert am Scheiterhaufen schon um Schmelztiegel. Ihr habt Gesinn, ich verbrenne eure Bibel. Ihr habt Gesinn, ich verbrenne eure Bibel. Ich glaube nur an das, ich glaube nur an das, was ich mit eigenen Augen sehe, was ich mit eigenen Augen sehe. Glaubt man denn das, das, was ich sehe, glaube aber nicht verstehe. Ich glaube nur an das, was ich mit eigenen Augen sehe. Glaubt man denn das, das, was ich sehe, glaube aber nicht verstehe. Ihr tut nichts außer Schweigen im Zwielicht der dunklen Seiten. Ich bring die Wahrheit ans Licht und immer mehr Unstimmigkeiten verschwöre. Erschwören und hört verstört. Mein Gott bin ich und bleibt es, es hat sich ausgeschwört. Ich schicke euch meine Thesen als PDF im Anhang. Mein Widerstand, mein Wort macht euer Ende am Anfang. Ich bin informiert und hab ein Bild, einen sogenannten Eindruck. Es ist nicht das Salz, sondern meine Spucke, die ich in eure Suppe reinspruck. Ihr glaubt zu wissen, wissen, dass ich weiß, dass ihr glaubt. Und seid gleich, dass ein Realist, wie ich euch die Meinung raumt. Bin der Glaubensexorzist und treib euch die Dämonen aus. Bin gesandt, das Zeichen, so sieht ein Omen aus. Glaubt man das, was ich mit eigenen Augen sehe. Glaubt man denn das, was ich sehe. Glaube, aber nicht verstehe. Glaube nur an das, glaube nur an das, was ich mit eigenen Augen sehe. Glaubt man denn das, was ich sehe. Glaube aber nicht verstehe. Kampf Auge um Auge und Zahn um Zahn. Die mich meinen Nächsten ohne, dass sie es erfahren. Die Glocken schlagen 13 und euer Gott ist getürmt. Die Arschhäusen schritten, als sie im Paradies stürmt. Ich glaube nur an das, ich glaube nur an das, was ich mit eigenen Augen sehe. Was ich mit eigenen Augen sehe. Glaubt man denn das, was ich sehe. Glaube aber nicht verstehe. Nicht verstehe. Ich glaube nur an das, was ich mit eigenen Augen sehe. Musik Dasachtige Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020